hallo leute was geht ab herzlich willkommen zu einer neuen folge battlefield wir spielen eroberung die runde gerade erst angefangen und wir schauen mal was hier so abgeht gleich mal einen neuen klassenrang erreicht soldat 8 ist da was einfach mal weg hier weil ich brenne könnte ich sogar sterben nein doch nicht da gibt es mal eine mine und da gibt es einen kill aber das ist sein kill hätte ich die mine ein bisschen später gedroppt ja eingelaufen das macht ja nix das werden wir schon rum kriegen dieses gibt es mal ein bisschen money das ist einer gestorben da draußen durch ich bin der truppenführer befehle das heißt wir gehen jetzt mal zu b so leute gehen jetzt mal zu b geht es da nach b und ich muss hier weg danke hier gibt es ein bisschen money das ist meine erste runde heute das heißt das heißt ich bin noch nicht eingespielt jetzt mal zu c oder ja da ist irgendwo einer ich sehe aber nicht ich sehe ich sehe und ich bin tot aber es war ein anderer der mich getroffen hat ja ziemlich gleich auf ziemlich gleich auf wir steigen mal hier an schauen was hier abgeht warum spawn ich eigentlich hier warum warum spawnt mein ganzer trupp hier eigentlich warum ist das so da geht es mal vor und wer zerschossen und weg hier so ich geh jetzt mal hier raus hier reicht's hier reicht's einfach weg hier so der truppenführer sagt zu a das heißt wir gehen noch zu a nein weißt du was wir gehen zu c weil du stehst gleich ein bisschen muni ein bisschen muni schadet nie da steht einer da stand einer gar nicht voll mein kill okay ich hätte ihn zwar auch gehabt aber ist ja wurscht ich glaube dass von die welche kommen ziemlich sicher habe ich so c ist erobert und ich wette da kommen jetzt welche von d von hinten sogar schon ziehen schon hinter uns da oben alles klar von da oben scharfschütze einfach ein scharfschütze gibt es hier noch irgendeine boost sind aber voll schade aber alter wo starte ich das ist doch nicht a das ist gar nicht zu schlecht durch starte ich habe es gesehen ein flammenschützen kit aber warum bin ich da jetzt gespawnt ich habe auf a gedrückt und jetzt bin ich eigentlich da ja muss die einfach wurscht sein scheiße in den tod gestürzt ja besser als es kriegt irgendwer den kill ich hoffe hat keinen kill von mir bekommen schon wieder ich will jetzt aber mal zu c gehen er zudem alter aber da ist ein sunny kommt er das sieht mich liegen ja packt schon die spritze aus und dann gehen wir mal zu d ja Ah, da ist er Nehmen wir den Und wir nehmen den auch noch Und wir nehmen den aber auch noch Und wir nehmen den natürlich auch noch Oh, ich brenne Das ist immer was schönes Nehmen wir ihn auch noch? Natürlich nehmen wir ihn auch noch Nehmen wir noch einen Ja Ja Und jetzt bin ich tot Ja, schön noch mit der Pistole Krasser Run Sehr geil Also das war geil Ja, ich habe es gemerkt, ich war bei David Ich kann nicht mehr als das, was ich jetzt gemacht habe Das geht leider nicht Oh, es sind zu viele bei D Oh Leute, wir müssen zu D Wir müssen zu D Jetzt ist die Frage, von da oder von da? Ja, von hinten, ich habe ihn gehört Ich habe ihn sogar gehört Ich habe ihn sogar gehört Kann man nichts machen Alter, wir verlieren gerade sogar Hm, wir haben weniger Punkte als die Gegend Hm, wir haben weniger Punkte als die Gegend Ja, alle haben wir zu D Ja, alle haben wir zu D Ja, alle haben wir zu D Das ist ja eine dumme Sache Na, er wird gleich sterben, oder? Wird er gleich sterben? Ja 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 Hinten Ja Genau reingelaufen Genau hineingelaufen Und der Beschuss, nein, ich starte wieder bei D, obwohl das nicht, das ist ja irgendwo eigentlich immer. Sehr gut. Ah, das gibt's doch gar nichts. Lenkt einfach meine Brandgranate ab. Lenkt sie einfach ab. Wir haben nur mehr E. Dicker. Ich gehe jetzt mal easy peasy zu D. Meine Granate raus, sehr gut. Nein, ich verzähl das Kill. Oh, wen habe ich umbraucht? Ich weiß gar nicht, wen. Sehe ich da gar nichts. So, ich gehe mal zu D. Ich hoffe nur, dass hinter mir keiner ist. Oh, da ist einer. Was gibt's ab? Da gibt's Gas. Dann gehen wir mal nach außen. So, mal zu dir rein. Hallo. Hallo. Ich verschanz mich da erstmal, weil ich habe noch ein Leben. Alter. Wahrscheinlich hast du mich die ganze Zeit getroffen. Ja, ich glaube, die Runde verlieren wir leider. Es ist, ja, knapp. Ich möchte nicht knapp sagen, aber es geht. Wir müssen auf jeden Fall zu C. Ah, da steht einer. Hey, du dummer Sniper. Oder, warst du überhaupt mit einem Sniper? Ich weiß gar nicht. Ja, warst du überhaupt mit einem Sniper. Shit, 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 shit. Nein. Shit. Ja, das ist ja nicht gut. Eigentlich unüberlegt dorthin laufen. Das war ziemlich unüberlegt. wer läuft da auch hin ich muss hier mal weg einfach mal weg und die wird schon wieder erobert ja da steht einer drinnen da hast du scheiße jawoll ist tot so wow Stielhandgranate war gut geschossen ich hab's nicht gesehen und bin gleich gestorben also also ich sag wir verlieren die Runde da ist doch irgendwo einer ja da vorne nein er hat mich erwischt er hat mich einfach ermischt ja ich weiß du schiisst doch mich du siehst mich Aber dich habe ich zerstört Ja, da ist irgendwo noch einer Ich habe nichts gesehen Ja, die Runde ist nicht die beste Aber wir verlieren nicht nur David, wir verlieren das ganze Spiel Ja, da steht einer Da hat er Glück gehabt, dass er zuerst geschossen hat Gibt es auch gar nicht, oder? Dass da einer gestanden ist So ein Pech musst du haben Ich starte jetzt da hinten Die Runde ist sowieso bald vorbei Es war nicht das beste Spiel Wir verlieren, du hörst das stimmt Ich habe ihn Nein, ich habe ihn doch nicht Er hat sechs Leben Sechs Leben Alter Lohnt es sich da eigentlich noch einsteigen? Ich steige nochmal bei Ehren Und das war es Echt schade Ich hoffe, dass das in der nächsten Runde besser wird Sonst kann es das aber nicht sein Verteidigte Flaggen, cool Da bin ich an erster Stelle Vielleicht geben wir sogar ein Battlepack Nein Punktestand 29, 17, 29 Kiel ist gar nicht so schlecht Gut Leute, wenn es euch gefallen hat Ihr wisst das Daumen nach oben Abo da lassen Und wir sehen uns zusammen bei der nächsten Folge wieder Ich bedanke mich fürs Einschalten Und tschüss bis zum nächsten Mal Ich bedanke mich fürs Zähne Ich bedanke mich fürs Zähne Vielen Dank.